Joho und willkommen zurück zum nächsten Part von Kingdom of Amalur. Der letzte Part war unbeabsichtigt kurz und ja, ich habe Scheiße gebaut. Ich habe, ja, ich habe Scheiße gebaut und ich bin ein bisschen zu Bau zu umschneiden. Gut, ähm, also zum Videos, äh, zum, zum, ja. Und abgesehen davon habe ich eh nicht so viel Zeit aufzunehmen und deshalb werden die Parts etwas kürzer. Äh, ich denke so 20 Minuten maximal, wenn ich es hinbekomme, werden sie 20 Minuten. Da muss ich natürlich immer drauf gucken, ob, ähm, das wirklich, äh, 20 Minuten sind oder nicht. Auf jeden Fall habe ich das zumindestens vor. Und, äh, ja. Da ich, wie gesagt, etwas wenig Zeit habe. Ich habe jetzt, glaube ich, noch zwei Stunden Zeit oder ungefähr zwei Stunden Zeit aufzunehmen. Äh, da ich dann für eine Woche lang circa Besuch bekomme. Und ich möchte nicht so gerne aufnehmen, wenn, also zumindestens nicht alleine, wenn Besuch da ist. Eventuell werde ich mit ihr aufnehmen. Das weiß ich nicht. Eventuell, eventuell nicht. Ich weiß es nicht. Ähm, ja. So, dann geben wir mal die, äh, wo sind wir? Ach, wir sind ja noch, wir sind im neuen Gebiet. Uh. So, dann geben wir mal kurz die Briefe ab, die wir da bekommen, äh, eingesammelt, die Rechnungen. So, wir geben die Rechnungen ab. Ähm, oder auch nicht. Östlich der Heide findet ihr Talarane, ein Gewirr aus alten Festungen und Ruinen. Es wimmelt dort nur so von Bestien. Aber mit etwas Glück kann ein Abenteurer dort ein Vermögen machen. Allerdings haben die Ruinen natürlich schon mehr als nur ein paar Leben gefordert. Ich habe schon Gerüchte gehört, dass Kastor vor seinem Schöpfer getreten ist. Ich bedauere nur, dass ich ihn in meinem Alter nicht mehr selbst zu ihm schicken konnte. Für das, was er uns angetan hat, hatte der Bastard den Tod mehr als verdient. Besten Dank für eure Mühen, Fremde. Oh, tatsächlich. Endlich reagiert mal jemand auf meinen Aushang. Nun, habt ihr etwas, das ihr abliefern möchtet? Na, das sehe ich doch gerne. Endlich merken diese Banditen mal, wie es ist, wenn Jagd auf einen gemacht wird. Hier ist euer Gold. Ihr habt es euch verdient. Bewahrt den Frieden. Ja, bewahrt den Frieden. So, okay, wir haben jetzt die Quest abgegeben. Mal gucken, ob wir hier irgendwas anderes noch abgeben können. Was gibt es denn hier drin? Ach, du bist oben oder unten. Oder nicht, eher oben, okay. Guten Tag, Reif. Ach, habt vielen Dank für eure Hilfe. Ich werde sie überarbeiten und neu zustellen lassen. Bitte nehmt diese hier als Gegenleistung für eure Mühen. Sie werden euch mit Sicherheit nützlich sein. Wow. Es war schön, sich mit euch zu unterhalten. Ja. Eine Kundin? Jein. Äh, gut. Dann, äh, wah, wah, dieses Haus ist so anders aufgebaut wie alle anderen. Ähm, also, es ist etwas anders so, ähm, gut. Äh, was war, äh, so, of course. Okay. Ähm, Schatzkammer inspizieren. Ähm, wo muss ich denn da für hin? Ähm, hm. Ähm, nein, da wollte ich nicht rein, verdammt. Ähm, mit Algen reden. Ach, das war da hinten, okay. Ähm. Äh, Kobolde töten. Okay. Quest. Ehering finden. Okay. Quest. Blablabla töten. Der ist da hinten. Äh, Schriftrollen. Wo kriege ich die denn her? Okay. Quest. Und, äh, der Bote. Ist hier irgendwo in der... Ach, nee, der ist da ja da. Okay. Dann würde ich sagen, ähm, fangen wir doch mit der Schatzkammer an. Aber ich verkaufe kurz was. So, dann. Ah, ich muss niesen. Ah, unterdrücken. So, okay. Setzt euch und schnappt euch einen Humpen, Fremde. So, verkaufen. Das kann auch noch verkauft werden. Ähm. Das brauche ich alles nicht. Das brauche ich alles nicht. Äh. Na, Polz. So, dann. Hab ich. Oh, oh, nee. Die Säurelösung brauche ich, glaube ich, noch. Äh, äh, äh. Kaufen. Säurelösung zurückkaufen. Ich will die wieder haben. Gib mir die back. So. Hauptsache, ihr verhaltet euch ruhig. Wir haben immer geöffnet. Gut. Dann. Mir ist gerade irgendwas noch kurz eingefallen. Ach, genau. Wir können, ähm, irgendwo die Bücher abgeben. Ähm. In Addessa. Ähm. Oh, nur Momento. Ich, äh. Wo war das denn? Ähm. Noch eine? Mir wurde von jemandem geschrieben. Ich hab leider den Namen gerade nicht parat. Ähm. Dass wir die Bücher, die wir haben, abgeben können. Äh. Damit wir die nicht mehr rumtragen. Aber die Frage ist, wo? War das? Hospital. Rüstschatzamt. Ah, das ist jetzt. Äh. Ähm. War das hier drin? Irgendein Bücherregal. Willkommen. Ähm. Na, sieh mal einer an. Wie es scheint, habt ihr die Stadt hinter den Mauern des Sandsteingutes gefunden. Ihr lasst erstmal alles auf euch wirken, nehme ich an. Auf Wiedersehen. Wo kann ich die denn einlagern? Ich meine, das sieht recht, äh, richtig aus. Das ist aber irgendwie nicht. Gämmen zu verkaufen. Okay. Hm. Okay. Ich, ich merke, ich, äh, glaube, ich, äh, ich, äh, ich gucke mal ganz kurz nach. Ach, ups, das wollte ich nicht. Ohne Momento. So. Verfluchte Thron. Was ist das hier drin? Äh, jetzt ruckelt, weil mein, ruckelt das Spiel, weil mein, äh, Computer nicht damit klar kommt, dass ich den Browser starte. GG, Computer. GG. Äh, und Moment. Moment. Nein, 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 ein Video pausieren, so. War das das Video, wo er runter... Äh, äh, nein, so. Äh, äh, nein, so. Äh, äh, ich persönlich finde... So, warte mal. Äh, was die Bücher angeht, die du im Inventar hast, kannst du die, ähm, du die Mission Bruder Tills Bücher, äh, und dort alle gefunden hast, äh, nach Gorhard gehen, mit dem Bücherregal in ST St. Ottvik, äh, ohne Momento. Inventar. Gegenstände. War das? Tillsammlung. Okay. Wo? In, 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 nach Gorhard, hat er gemeint? Okay, dann war das doch nicht hier, in Adessa. Okay. Ich, ich denke, nächstes Mal sollte ich mir das Maybe aufschreiben. Wo war denn... Oh Gott. Oh Gott, wo war denn... Äh, Gorhard? Äh. Äh. G-G-Galett? Äh. Gruft? War Gorhard irgendwie das Anfangsgebiet? Da, Gorhard, okay. Und, äh, wo, 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 wo hat er jetzt gesagt? Warte mal. Äh. Map. So. Ich, ich merke schon, dass... Au, ich hab aber hier viel vergessen. Ein Geheimtür hab ich vergessen. Ich glaube, ich kliere irgendwann noch die Maps aufs Screen für die, äh, ganzen... Ah, schau, das kann man in spazieren. Äh. Wo hat er gesagt? S, T, S, T, irgendwas. Also das hier, oder? Hier steht jetzt irgendwie nichts. Ich glaub, das war das da drüben. Ähm, da kann ich's in einem Regal platzieren. Oh, hallo. Oh, hallo. Ähm. Jetzt ist die Frage, welches Haus wahrscheinlich das... Heute ist es soweit. Okay, Kapelle. Äh. Oder auch nicht. Dim, 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 dim. Gut. Dann wahrscheinlich hier drin. Stimmt, von hier haben wir ja sogar, glaub ich, die Quest bekommen. Durchstöbern, Brüder Till, Sammlung. Äh, du bist während deiner Reise auf ein Buch gestoßen, das Brüder Till dem verstorbenen Schriftgelehrten der Mission von Est-Oddwick gehörte. Die Titel legen nahe, dass Tills literarische Interesse vor allen anzügliche und wohl lustigen Themen galt. Finde alle fehlenden Bänder und bringe sie in die Sammlung zurück, um eine Belohnung zu erhalten. Das heißt, Inventar, hab ich die jetzt... Hab ich die jetzt wegbekommen? Oder muss ich die immer noch... Ich muss die einfach immer noch mit mir rumtragen. Ist das dumm. Aber... Das waren nicht die Bücher, welcher die hier loswerden wollte. Okay, dann die letzten... Letzte Kapelle aus dem... Äh, das Kapitel. Mein Gott. Ähm... Memorien von... Den Stein mit Zerdas entworfen hat. Und kann ich die irgendwem geben? Ich würde die gerne loswerden. Okay, das war ja mal leider ein Griff ins Klo. Oh mein Gott. Ähm... Warte mal. Wo hab ich ein Haus? Wo hab ich ein schnell zugängliches Haus? War das... Nee, wo war denn das? Hier war das, ja. So, dann lagere ich kurz die Bücher ein. So. Und... Ich darf die nicht einlagern. Hm. Cool. Hm. Das finde ich ja jetzt nicht so cool. Wo kann ich... Wo werde ich die Bücher von Odessa los? Ich... Ich hab keine Ahnung. Das finde ich scheiße. Äh. Okay. Orientierung, Cinemarsch... Äh... Gebietskarte... Und da unten muss ich hin. Okidoki. Kann... Kann das... Ah, jetzt geht's weg. Natürlich. Jetzt, wo ich mich darüber beschwere, dass das, ähm... Die Quest nicht weggeht, geht sie weg. Ich... Ich fühl mich verarscht. Okay. Hm, gut. Ist da bitte... Ach, natürlich. Kein Chakran. Ich glaub, das Spiel wird mir kein Chakran geben. So. Das ist natürlich auch oben. Und hier sind Schleifspuren oder so. Zumindest sah das grad so aus. Aber jetzt ist es eher ein normaler Weg. Okay. Nevermind. Neuer Ort entdeckt. Da seid ihr ja. Sehr schön. Äh, hi. Aus unserer Schatzkammer wurde ein mächtiges Relikt gestohlen und sie schicken eine einzelne Schildverpflichtete? Sind die denn komplett verrückt geworden? Wer weiß, wie viele solcher Relikte noch in der Schatzkammer waren und inzwischen ebenfalls gestohlen wurden. Gehen wir rein. Lassen wir uns überraschen, was uns dort erwartet. Kommt. Hier entlang. Die innere Tür. Sie sollte nicht offen sein. Magier? Sind es dieselben wie die in der Halle der Briganten? Ihr da! Rührt euch nicht von der Stelle! Lassen wir uns überraschen. Hier verraten wir uns um achtet. Ihr werdet zahlen! Wir hatten Glück, dass wir im richtigen Moment eintrafen. Ich glaube, da hat... Ich muss Krian unverzüglich Bericht erstatten. Wir treffen uns in Helmgard, Schildverpflichtete. Ich glaube, da hat jemand den Schlüssel hergegeben. So, ganz dezent, glaube ich, das. So, ich möchte Loot haben. Und zwar ein neues Chakram. Also, gib mir das, bitte, Spiel. Gib es mir. Gib es mir, komm schon, please. Klack. Das ist so richtig mies. Aber, das ist... Ach, verdammt, jetzt habe ich ein Schwert eingesammelt, das kacke ist so. Ähm. Hm. Also, wie gesagt, ich vermute, irgendjemand hat den Schlüssel hergegeben. Jee! Kissen zum Aufmachen. Klack. Komm, Schakram. Ah. Komm schon, ich will den Schlüssel heran, please. Komm schon. Komm schon, Spiel. Du magst mich, du magst mich, du. Komm schon. Das ist auch kein Chakram. Das ist auch kein Chakram. Aber da ist jetzt einer drinnen. Komm schon, ich weiß das. Warte, warte, warte. Die Tür ist eine Falle. Oder was? Ach, nee. Hinter der Tür. Okay. Ne, Logo. Okay. Uah. Komm schon, Schakram, Schakram. Komm, komm. Das Spiel hasst mich. Oh, Mann. Das ist gemein. Aber ich find den Eingang echt schön. Muss ich gestehen. Das sieht echt geil aus. Ach, das ist so kacke. Wahrscheinlich haben die Diebe alles Tolle mitgenommen. Grrr. Das mag ich nicht. Okay. Ich würde aber... Warte. Oh Gott. Ich würde aber sagen, wir sind uns erst im nächsten Part wieder. Ich laufe jetzt offscreen kurz hier hin. Ich glaube, das war da. Ja. Muss ich nicht da hoch hin? Egal. Auf jeden Fall, ich laufe jetzt offscreen kurz zu den Kobolden und starte dann den nächsten Part. Oh, ich seh dann noch Quest. Auf jeden Fall starte ich dann den nächsten Part, wenn ich vor dem Kobolden sind. Und wir sehen uns dann. Bis zum nächsten Part. Bis dann. Und tschüssi. Tschüssi. Bis zum nächsten Mal. ��